Jürgen Klopp mit breitem Grinsen, so wie man ihn kennt. Die Bayern sind ohnehin uneinholbar, nur Leverkusen wollen wir uns noch schnappen, hat er einmal gesagt. Jetzt wäre die perfekte Gelegenheit dazu. Im Spitzenspiel Leverkusen gegen Dortmund kann die Borussia auf Platz 2 vorrücken. Das ist jetzt einfach ein absolutes Spitzenspiel. Ich weiß gar nicht, ob es das damals auch war. Die Mannschaft waren auch beide gut, aber so früh in der Saison finde ich es immer schwierig, so etwas so zu titulieren. Aber jetzt ist es auf jeden Fall so, nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation, dass wir nur einen Punkt auseinander liegen, sondern ganz einfach aufgrund der Qualität in beider Mannschaften. Der Dritte beim Zweiten. Das Hinspiel in Dortmund gewann Klopp und Co. souverän mit 3 zu 0. Es wäre schön, wenn man so einen kleinen Vorsprung mit ins nächste Spiel nehmen könnte, aber das ist natürlich nicht der Fall. Wir waren an dem Tag wirklich stark und Leverkusen war gar nicht so schlecht, aber wir waren eindeutig besser an diesem Tag. Wir haben an Leverkusen selber auch Möglichkeiten gehabt. Wir haben uns das Spiel gerade nochmal angeguckt, gerade in Vorbereitung auf dieses Spiel, waren schon auch ein paar richtig gute Situationen dabei, aber wir waren dem Tag sicher die bessere Mannschaft und haben nicht unverdient gewonnen. Die Partie in Leverkusen ist auch das Aufeinandertreffen von Stefan Kießling und Robert Lewandowski. Platz 1 und 2 der Torschützenliste. Dortmund Stürmer konnte zuletzt nicht trainieren, wird das Duell der Top-Torjäger aber antreten können. Das sind einfach Top-Leute in der Bundesliga, ganz bestimmt. Und das alleine ist eine spezielle Situation, aber nicht für die beiden, sondern für das Spiel. Und jetzt, wie gesagt, hoffen wir, dass die beiden Mahlzeiten gestern Lewy so wieder zu Kräften gebracht haben, dass er heute ganz normal trainiert. Und dann wird er in einer guten Verfassung sein und dann ist nur das von Interesse. Das andere ist nicht so wahnsinnig relevant. Relevant ist einzig die Tabelle am Sonntagabend. Wenn Dortmund dann auf dem zweiten Platz steht, kann Jürgen Klopp sicher wieder so schön lachen.